Hallo und Willkommen. Heute zeige ich euch einen Schweinebraten vom Grill nach Ida-Obersteiner Art. Vor Jahren waren wir einmal dort und haben uns diese Spezialität munden lassen. Es ist im Grunde genommen eines dieser ganz einfachen, genialen Essen. Los geht's. Ich nehme zwei relativ große Zwiebeln, schäle und schneide sie entlang der Wuchsrichtung in Streifen. Entweder aus der Hand, wie ich es gezeigt habe, oder auf einem Brettchen. Dazu mache ich den sogenannten Krallengriff und das zweite Fingerglied des Mittelfingers dient als Führung für die Messerklinge. Dabei ziehe ich die Hand um die jeweils gewünschte Schnittbreite zurück und erhalte so meine geschnittenen Zwiebeln. Diese Methode erfordert zunächst etwas Mut, die Sicherheit kommt mit der Zeit und sie ist wesentlich schneller. Die geschnittenen Zwiebeln gebe ich am besten in eine Glas- oder Edelstahlschüssel und würze sie mit Salz und Pfeffer. Diese beiden Gewürze werden nun in die Zwiebeln eingearbeitet. Man könnte dazu Handschuhe anziehen, aber Hände waschen und auf Handschuhe verzichten bedeutet schlicht und ergreifend weniger Müll. Das Fleisch wird nun in die Zwiebeln gelegt. Dazu häufe ich sie auf eine Hälfte und lege das erste Stück auf ca. ein Viertel der Zwiebelmenge. Bedecke das Fleisch mit der Hälfte, lege das zweite Stück Fleisch auf das Viertel daneben und bedecke es mit dem letzten Viertel der Zwiebeln. Dabei achte ich darauf, dass alle Zwiebeln schön gleichmäßig verteilt sind. Nun gebe ich einen umgedrehten Teller darauf, das erspart Klarsichtfolie und das Fleisch wird für 24 Stunden im Kühlschrank marinieren. Am nächsten Tag hole ich es aus der Kälte und so sieht es aus. Das Salz hat den Saft aus den Zwiebeln gezogen, sie sind dehydriert und schlaff. Der salzige Zwiebelsaft seinerseits hat das Fleisch mürbe gemacht, denn Zwiebel hat einen fleischzart machenden Effekt. Das Fleisch wird aus der Marinade genommen, von den Zwiebeln befreit und trocken getupft. Der Grill ist schon angefeuert und bis es soweit ist, bereite ich die Beilagen vor. Da ich die Zwiebeln nicht wegschmeißen will, gebe ich sie in ein Sieb und spüle sie mit Wasser ab. Das entfernt Salz und eventuell Eiweiß vom Fleisch. Danach brate ich sie in etwas Rapsöl an. Aufgrund ihres Fruchtzuckergehaltes brennen Zwiebeln schnell an. Sollten sie zu unregelmäßig gebräunt sein, hilft es, etwas Wasser in die Pfanne zu geben und alles durchzurühren. Das Wasser löst die braunen Stellen und die Zwiebeln nehmen gleichmäßig Farbe. Ich lasse die Zwiebeln ungefähr 10 Minuten schmoren und stelle die Hitze ab. Zu dem Schweinennacken gibt es eigentlich immer einen weißen Rettich. Den habe ich aber nicht mehr bekommen und deswegen habe ich mich für Radieschen entschieden. Gewaschen schneide ich sie mit Hilfe einer Mandoline in feine Streifen. Gesalzen werden brauchen sie nicht, denn sonst ziehen sie zu viel Wasser. Würzig genug sind sie auf jeden Fall, aufgrund der Senföle, die sie enthalten. Die Holzkohle ist heiß genug. Das Fleisch wird auf den Grill gegeben und von jeder Seite zunächst über der Glut 2 Minuten angebraten und dann ungefähr 10 Minuten pro Seite neben der Glut langsam gegart. Die gesamte Garzeit betrug bei mir ungefähr 25 Minuten. Das kann natürlich variieren. Dies ist auch kein Video, das das Grillen beschreiben soll, weswegen ich hier nur eine grobe Zeitangabe geben möchte. Zum Schluss halte ich das Fleisch noch aufrecht fest, damit auch die Ränder schön braun werden. Da Schweinefleisch immer durchgebraten sein sollte, sollte die Innentemperatur des Fleisches zwischen 70 und 75 Grad betragen. Anschließend lasse ich es noch zugedeckt für 5 Minuten ruhen, damit es sich entspannen kann und die Fleischsäfte sich setzen können. Das gibt mir die Zeit, die Salate auf den Tellern oder in den Schüsseln anzurichten. Es kann gegessen werden. Zu solch einem Essen schmeckt natürlich ein schönes Weizenbier besonders gut. Das Fleisch war unglaublich zart und ein wahres Gaumenerlebnis, denn die Zwiebeln machen das Fleisch nicht nur zart, sie geben ihm auch einen besonderen Geschmack. Die geschmorten Zwiebeln schmeckten ganz köstlich und der scharfe Radieschensalat passte wunderbar zu dem Fleisch. Ich hoffe, ihr probiert dieses außergewöhnliche Essen aus Ida-Oberstein einmal aus. Und wenn ihr zu Hause einen Schwenk-Grill habt, dann könnt ihr dieses Gericht sogar noch authentischer zubereiten. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Grillen und guten Appetit!